Unsere Aktion Bewegt durch 2023 hat dieses Jahr zum dritten Mal stattgefunden. Wir haben uns dafür entschieden, das noch ein viertes Mal zu machen und starten direkt am 01.01.2024 damit, weil uns einfach an der Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelegen ist. Und wer sich bewegt und aktiv ist, der tut was für seine Gesundheit. Und dann hoffen wir, dass wir den Spendentopf wieder ordentlich füllen können. Die Treffpunkt-Kids vom Kreisverband der Treffpunkte in Korbach sind eine Gruppe für Kinder psychisch kranker Eltern. Wir betreuen und unterstützen die Kinder, die mit psychisch kranken Eltern aufwachsen, bieten denen einen Ort, an dem sie sich sicher und geborgen fühlen können und klären über die psychischen Erkrankungen der Eltern auf. Und von dem Geld werden wir mit Sicherheit die ein oder andere Freizeitaktivität in den nächsten Ferien unternehmen, unter anderem. Ja, gebt gerne ab. Ja, mein Name ist Gunsula Schmilling vom Frauenhaus hier in Bad Bildung. Und ja, wir werden das Geld auch verwenden für unsere Kinder, weil im Frauenhaus sind in der Regel mehr Kinder als Frauen. Und wir werden ihnen außer den Schutz, den wir ihnen bieten und das Ohr, was wir immer für sie halt haben, auch ein paar Freizeitaktivitäten anbieten, damit sie ein bisschen mehr wieder auf andere Gedanken kommen und von dem ganzen Erlebten abgelenkt werden. Danke.